So, weiter geht's. Ah, jetzt haben wir sogar Taschenampeln. Sehr geil. Tagebuch. So, haben wir da irgendwo was? Nicht einmal meine Frau. Abverkehrskönigin. Okay, das heißt, irgendwo da... ...wenn ich irgendwo sowas finde. Ich denke, der ist definitiv... ...nicht da. Ich bin ein paar Schuss. Ich muss mich auf die Schuss. Ich bin ein paar Schuss. Ich bin ein paar Schuss. Ich bin ein paar Schuss. Das ist meine spaciousness. Das ist nicht so nett. Aber da ist nicht genau so representatives. Es weiß nicht so, was ich? Oh, das war scheinbar. Ok, es ladet definitiv schneller als der letzte Teil. Soviel ist mehr klar. Na gut, sag ich. Gut, gut. Das lassen wir runter und dann gehen wir retour. Die Wohnung, wo ich eigentlich gerade war. Und da ist Lagerhals eigentlich. Ich weiß, dass das irgendwie nice ist. Ich weiß, was wir können? ein wackelkopf 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 er ist ein wackelkopf ein wackelkopf ein wackelkopf Ich bin weg. Alter! So lebt er noch. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, was haben wir noch? Gewährleistung einer sicheren U-Bahn, ich fahre einen Stromausfall. Okay, den haben wir momentan. Okay. Logisch, also wenn es unsicher ist oder gefährlich ist, geht halt nichts. Auch okay. Eigentlich logisch, soweit. Ach wirklich? Okay. Okay, das ist das Arsch von dir. Komm her da. Ist doch ein Arsch. Ein Lüschloch. Cool. Ich will ihn nutzen. Ich will ihn nutzen. Wie er sorgt. Okay. Okay, Inkluder ist ein Schrank. Okay. So. Okay. So läuft das nicht. Okay. Okay. Also irgendwo. So. Muss doch wohl ein Schlüssel sein. Ja. Das lässt sich sowieso nicht öffnen. Okay. 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 Was haben wir da? So. Schalttafel. Einfachheitsschluss. Na gut. Das funktioniert eigentlich gar nichts. Ah. Da ist sogar ein Zettel drauf. Was funktioniert. Was nicht funktioniert. Das ist doch interessant. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Okay. What? Okay. 4 Ok, jetzt ist er dort. Junge, ich hab auf dich eingestogen vorher und das war dir egal, ok? Schau! Was bist denn du für ein widerliches Ding? Arsch! Ok, dann wieder retour oder wie? Was ist denn da falsch? Schau dir das an, das ist halt doch viel zu aggressiv diese Scheißdinger, alter. Schau schon wieder! Chill, du bist einfach... Schau schon wieder! Schau schon wieder! Schau schon wieder! Das ist doch ein kurba, das Ding! Das ist super! So ein Scheiß. So ein Scheiß. Oh ja, ernsthaft, ganz ernsthaft. Das ist alles irgendwie schräg, schräg, schräg. Ich würde es gerne benutzen. Das geht gerade nicht. Das geht gerade nicht. Das geht gerade nicht. Das geht gerade nicht. Das kann ich wenigstens erst nicht Limpferspray verwenden. So. Bevor ich da ganz kollabiere. Okay. Super chill. Okay. 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 Einlagern. Äh. Verstaunen. Okay. Jetzt habe ich. Ist jemand hier drin? Kann man das so benutzen? Nein. Okay. Macht nichts. Aber speichern werde ich es. Ich bin nicht infiziert. Okay. Ich bin nicht. Nein, nein, nein. Bitte. Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weiche wie dich, das uns behindert. Okay. X-Protokoll, was steht da drin? Leck mich am Arsch, der erste Satz. Für den Job angehört, für den Job. Okay. Also der hat einen Job gekriegt, obwohl er um 20 vorhanden werde. Okay. Und gut. Und gut. Und gut. Und gut. Und gut. Straßengewalt in Raccoon City.